Was ist denn? Was ist? Schatzi, das Essen steht drin, das kannst du selber holen. Komm ruhig, ich pass auf die Nachbarschaft auf, okay? Ich pass auf, dann kannst du essen gehen. Ich weiß, ich hab den neuen Kater gesehen, den hab ich heute schon verscheucht. Geh du essen, ich behalte es im Blick. Ja, das kann ich, ganz sicher. Doch, vertrau mir, Schatz. Soll ich das Essen lieber bringen? Okay, machen wir es so, dann kannst du weiter rausschauen. Ja, ist okay, wir machen es so, hab's verstanden. Aramis? Möchtest du was zu essen? Hast du großen Hunger? Okay. So großen Hunger? Aber das ist doch zu groß für dich. Bist du sicher, dass du das essen kannst? Ganz alleine. Okay, wir machen es vorsichtig. Ui, hier. Komm, ich hab dich voll lang gesucht. Ich hab dich gesucht. Wo warst du? Schatzi, ich hab gerufen. Ich hab gerufen. Maus. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich hab bestimmt ganz viele Zecken, weil ich sogar in der Wiese war. Hm? Geh mal rein. Na los, schön dich zu sehen. Oh, hm. Was sind das für Leute? Da auf dem Grundstück. Kennst du die? Ich kenn die auch nicht, aber die machen ganz schön Krach, hä? Sollen wir mal schauen? Sollen wir mal gucken, wer das ist? Ja? Okay. Okay, gucke mal. Aber Schatzi, du hast eine Katzenklappe. Warum gehst du nicht selber durch die Katzenklappe raus? Liebes, ich kann dir nicht immer aufmachen. Schatzi, gehen wir durch die Katzenklappe, ja? Doch, Maus, das schaffst du auch, wenn ich nicht hier bin. Hm? Aramis, hast du jetzt aus dem Ding für den Igel gefressen? Bärchen? Hey, hast du da jetzt draus gefressen? Ja, aber das war für den Igel, Schatz. Warum hast du da draus gefressen? Ja, aber Schatzi, das war nicht für dich. Was? Wo ist es? Was? Echt? Hast du es gesehen? Zeigst du es mir? Wo hat es der Postbote hingestellt, Schatz? Da hinten? Da? Sollen wir mal hingehen? Ja? Bist du sicher? Ist es dein Futter? Okay, dann komm mit. Oh Gott, Lilly, das gibt hier, glaube ich, noch irgendwie... Wo muss ich hin? Was denn? Bitte, wo? Wo? Ich habe es gesehen, du warst mit dem fremden Kater auf dem Dach. Schatz, aber jetzt ist er gegangen. Ja, ich habe ihn verjagt, aber es ist sein Dach, das weißt du schon. Bärchen? Bärchen? Es ist sein Dach, also eigentlich müsstest du da runterkommen. Du hast ganz schön geknurrt, huh? Kommt du jetzt runter? Nein! Nein! Vielen Dank.